Guten Tag, wertes Volk und Polizei. Seh mir das. Ich will doch gerade nur etwas uploaden, oder? Was ist denn hier los? Hey, hängt alles. Hey, ich hab jetzt mal X geklickt. Hey, Firefox kriegt nicht. Auf Auto des Programms warten. Aber ja, da der Uhr laden keine Rückmeldung ist, klar. Hey, da unten wird gerechnet. Was sieht denn das aus? Hallo. Jungbam ist tot. Ja, Tourette-Polizei ist auch dabei. Aber ja, wir haben noch gerade eine Teil heruntergeladen. Und jetzt wollen wir das bei Strato raufladen. Damit diese Rechnung kann bezahlt werden, wo er auch gehackt wird, oder? Aber es ist ja auch Polizeithematik. Könnt ihr gerne überprüfen, wo der Authentifikator hier ist. Aber ja, warten wir jetzt noch ein wenig, oder? Ich drück mal kurz Pause, oder? Soviel haben wir. Boah, der Rechner braucht ja einen zu lang, oder? Ich hab 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Und O2 500 Mbit. Aber ist ja auch alles Polizeisagre zum Prüfen. Dankeschön. Wie wir sehen können, funktioniert hier immer noch nichts. Ich geh jetzt mal das Programm schließen. Und mache hier gleich einen Neustart von Firefox. Ja, ja, werden übermittelt an Firefox, oder? Das war euch zu bezweifeln, oder? Oder gebt mir die IP-Daten dieser Missgeburten. Ja, dieser dumme Wiss-Tothacke. Aber ja, ich mache noch mal Pause. Was ist da? Das Video noch länger. Letzten Jahr im Gericht sehen wir, wie die Uhrzeit. Wo waren wir denn vorher? Ich meine, es sind ja erst 2-3 Minuten vorbei, oder? Aber ja, oder IT-Unternehmen, guten Tag, was machen wir jetzt hier? Achso, da bekommt man auch keine Antwort, wenn man schreibt. Aber die hatten auch nicht E-Mails zurück, oder? Zu IT-Unternehmen, Dankeschön. Aber zu IT-Unternehmen kann man ja hinfahren. Und fragen, ob die Post ankommen. Jetzt habe ich tatsächlich ein paar Abbrechen gemacht. Aber ja, den Firefox hat dann ja gestartet, oder? Das sieht man ja wieder, oder? Ja. Ja, und ja, IT-Unternehmen. Du willst auf Ignorieren gehen. Selbst wenn wir es runterladen. Ich habe einfach gesagt, was der aktivieren will. Was dann? Geht das gar nicht. Aber jetzt gehen wir auf Datei anfliegen. Und jetzt gehen wir auf Downloads. Wir haben ja gerade... Ja, das geht jetzt scheinbar. So steht da, nach JPEG.part. Und dann nicht statt. Und dann nicht statt. Hey! Das ist auch nur eine Nachricht, oder? Ich war nicht stolz. So war es da apart. Schauen wir mal, ob das ankommt, oder? Habt ihr ja gesehen, da war apart jetzt dabei gestanden. Ich beende die Aufnahme. Ja, aber noch kurz Pause. Schreibt das kurz. Ja, lobertes Volk, Gericht und Polizei. Und es ging um die Reaktivierung. Die überschiebe ich jetzt ab. So. Habe ich hochgeladen quasi jetzt. Und jetzt sende ich die Sub. In dieses Blatt hier. Das ist jetzt hier. Das Sub. Ist kontaktiert worden. Wurde erfolgreich versendet. Ich bin gespannt. Ob dies alles kann man. Ist auch nachher. Dieses Datum haben wir heute. Kann man sehen, oder? Es geht auch um die Reaktivierung der ganzen Daten. Für das Gericht und Polizei. Ich bedanke mich an ja. Stato. Ähm. Ja, Authentifikat. Der muss noch geklärt werden. Wie weit von der Polizei oder macht ihr das? Dankeschön. Wie weit von der Polizei und Polizei. Ich bin gespannt. Die hier. Die hier. Die hier. Vielen Dank.